Hast du ein Video? Ja. Auf YouTube? Ja. Wir machen Elfmeterschießen. Also alle, die mitmachen wollen, wir machen jetzt Elfmeterschießen. Jeder hat einen Schuss. Wer trifft, darf dann sozusagen bei 16 Meter schießen. Der, der verschießt, ist raus. Für den Gewinner gibt es ein Trikot. Und wenn er besonders gut ist, gibt es vielleicht etwas Kleines dazu. Mal gucken. Junge, du hast jetzt die meisten Elfmeter in deinem Leben. Guck dir das an. Ich wollte gerade sagen, dass eine ganze Art Media auf mich zukommt. Okay, dann darfst du loslegen. Ich bin Ali. Vor 13 Jahren hatte ich dabei. Okay. Der Keeper, mach ernst. Hannes. Ich spiele jetzt hier. Ich bin der Erste. Okay. Boah! Maxim! Ja, ich muss langsam flitzen. Ja! Ich bin Rafa und ich treffe uns irgendwann. Oha! Boah! Ja! Boah! Oha! Boah! Oha! Oha! Junge! Der war stark! Ich bin Valerio. Ich bin Mauritio und ich triff jetzt. Ich brem ich so zwölf. Wow! Tschüss! Tschüss! Ich bin etwa 50 Jahre alt und Ronald auf die Eins. Kieber macht Pause, er macht 1.6. Ja, also langsam. Ich bin Badal und Messi ist besser. Oha! Ich bin Max, ich bin 15, Messi auf die Arms. Ich bin Elzer, ich bin 13 Jahre alt und Ronaldo auf die Eins. Ich muss gleich mit dem Keeper mal ein Wörtchen reden. Bruder, was ist die Taktik bei dir? Es ist schön zu sehen, wie die Kinder sich freuen. Das ist das Gute. Und dann, bei 16 Metern machst du das? Ja, bei 16 Metern mache ich dann langsam. Ich bin Finiten, Messi auf die Eins. Wow! Stargehalten. Ich bin Elias, 15 Jahre alt und ich grüße Mirac aus Stuttgart. Wow! Ich bin Elias, 15 Jahre alt und ich grüße Mirac aus Stuttgart. Wow! Oh! Oh! Ja! Ja! Mit Felix, Messi auf die Eins. Genau so! Oh! Ich bin Lenny, Messi auf die Eins. BVB, ich bin Bayern-Fan. Oha! Bayern-Fan. Oh! Ich bin Hannan und ich gewinne auch ohne Fußballspiel. Jetzt musst du beweisen. Wow! Nein! Ich bin Lukas und ich treffe jetzt. Oh! Passiert. Ich bin Noah. Oh! Hallo, ich bin Mustafa und ich bin 20 Jahre alt und ich stelle Messi auf die Eins. Ja! Ja! Okay, jetzt von 16 Meter. Alle, die getroffen haben, dürfen jetzt wieder anfangen am besten, so wie die Reihenfolge am Anfang war. Du darfst. Okay. Schade. Beim nächsten Mal. Junge! Was ist denn los? Ja! 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 Was? Ja! 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 Ja, ja! Gute Technik, so. Zu viel Power. Knappes Ding. Du hast ein Herz für Kinder. Er hat gesagt, Ronaldo ist zähig. Aber Power war gut. Schade. Schade. Power war gut. Wie viele haben wir noch? Vier. Vier Leute noch. Wo sollen wir schießen? Ja. Dann machen wir kurz einen Step nach hinten, damit es nicht zu weit ist. Welche Ecke wirst du schießen? Ich weiß noch nicht, ich weiß. Okay. Okay. Jetzt ist der Druck noch. Okay, noch zwei Leute. Boah. Aber der Schuss war gut. Der Schuss war gut. Der Schuss ist geil. Jetzt aber erst mal schauen. Wer ist denn noch nicht vorbei? Okay, letzter Schuss. Wer ist denn noch nicht? Ich guck mal. Der Schuss. Der Schuss. Der Schuss. Der Schuss. Ich habe gewonnen. Keiner kann mich überkürzen. Wer ist das beste Mannschaft? Wer ist das beste Mannschaft? Wer ist das beste Mannschaft? Wer ist das denn? Wer ist das denn? Also Respekt schon mal. Raus, 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 raus. Du hast erfolgreich alle bezwungen. Du hast hier den Profikiefer geschlagen. Es gibt ein Geschenk. Wir müssen mal gucken, ob es passt. Du darfst dir ja auch suchen, entweder das oder das Trikot. Man City. Das Man City-Ding wird wahrscheinlich eher passen. Das ist ein bisschen groß. Und es gibt ein kleines Preisgeld. Aber gib es nicht sofort aus. Danke schön, Digi. 50 Euro. Danke schön. Sympathischer Kerl. Also, Junge. Viel Spaß. Danke schön. Mach was draus. Ausgang Gucci. 21. Merkt euch das. Okay. Abonniert den Jungen. Ja, man. Ja. Ja, man. Töoro. Ja Urkommen. Ja. Hey Bernstein. Ja. Es mit Ai Flex. Puedestrings. Ja, dadas.